Entspannung für Körper und Geist. Erholen Sie sich in der kalten Jahreszeit in unserem Saunabereich mit Sanarium, finnischer Aufgusssauna, römischem Dampfbad und gemütlicher Blockbohlensauna mit offenem Kamin. Gönnen Sie sich eine Auszeit mit unserem Angebot an frischen Snacks und fruchtigen Smoothies zwischen den Saunagängen. Unser vielfältiges Angebot an Massagen rundet Ihren Wellness-Tag perfekt ab, pflegt und harmonisiert. Nutzen Sie unseren Außenbereich mit Gartenanlage und Kaltwasser-Erfrischungsbecken oder unseren mediterranen Indoor-Pool mit angenehmen 32 Grad warmem Wasser. Egal ob kurzfristiger Saunagang oder ausgiebiger Wellness-Tag. Wir bieten Verwöhnprogramme für Sie oder Ihre Liebsten mit unseren Geschenkkutscheinen.